So, jetzt haben wir es. So, wir legen los. Neues Spiel starten, yes. Oh dear. I'd have to check on one more thing, so I can focus on what I'm going to do. It's only on you, dear, our little fun. Now sleep. And remember, don't be afraid. Da wären wir. Never leave you alone. Say hello to your new friend. Hello. We'll give you company. Da haben wir nichts. Ne Kerze. Aha. Ne Kerze. Sieht ekelhaft aus. Sieht ekelhaft aus, dieses Viech. Okay. B, A, S, D. Wisst ihr alles? S, ähm, S, D, F, N, J. Der Patient hat aufgehört, einen Ton von sich zu geben. Nach dem Aufschneiden seines Gesichts musste ich die Augenhöhlen komplett wegschneiden, um die Mundhöhle zu öffnen und neue Zähne anzunähen. Okay, wisst ihr Bescheid. Da haben wir Kerzen alles verschlossen. Haben wir? Haben wir? Haben wir? Das ist die Kierin. Das wird dir helfen, die Kierin zu tragen. Ich bin ein Kierin. So, jetzt. Oh, let the fun begin. Was haben wir hier? Schlüssel. Okay. Andere Reihenfolge. Das schwebt. Wollte gerade sagen, da schwebt jemand. Ich wollte gerade sagen, da schwebt jemand. Können wir hier aufmachen? Das Schaufensterproblem. Ein Tisch. Nichts. Okay. Dann suchen wir mal. Das Schlüsselchen. Das Schlüsselchen. Da gehen meine Kerzen aus. Du hast keinen Schlüssel. Nope. Auch nicht. Rot ist zwei. Da haben wir den Schlüssel. Rot ist zwei. Rot ist zwei. Haben wir hier eine Rot? Ah, Rot ist zwei. Okay. Wahrscheinlich so gemeint. Wahrscheinlich so gemeint. Wasser abdrehen. Eins ist grün. Was haben wir denn da? Ich habe nichts zu tragen. Okay. Hast ja keine Hände. Stimmt. Dann machen wir hier eins ist grün. War hier sonst noch irgendein Zeichen? Nö, glaube ich nicht. Eins ist grün. Zwei ist rot. Das passt. Jetzt haben wir das Wasser abgedreht. Das heißt, wir können jetzt hier rein. Let's Vets. Danke dir fürs Folgen. Fischi, Fisch. Da liegen schon mal ein paar rum. Der hat einen Ball. Da ist eine Eins. Die Eins muss runter oder was? Die Eins muss runter. Oh, da liegt was rum. Wieder was? Da ist ein Fisch. Oh, da steht jemand. Da steht jemand. Die flüstern. Die flüstern. Hier haben wir ein paar Köpfe. Alles klar. Eine Cam. Ich habe nichts zu tragen. Die Zettelchen. Da. Franklin, ich habe dir das Buch gekauft, so wie du es gewünscht hast. Lasse ich es im Lehrerzimmer. Können wir uns treffen? Ich muss mit dir reden. Viele Grüße, Theodore. Okay, da kann ich nichts tragen. Da ist eine Schnur. Ein Seil. Okay. Sehr gut. So. Der lässt uns nicht durch. Warte mal. Wir müssen jetzt diese eine Tür. Und die Eins ist irgendwie runterwärts. Was auch immer hier runterwärts heißt. Kollege, hast du was für mich? Auch nichts. Ist abgeschlossen. Nichts drin. Gehen wir mal nochmal zurück. So, schauen wir mal. Nichts, nichts, nichts. Theoretisch können wir ja im Ausschlussverfahren diese Tür öffnen da hinten. Oder? Theoretisch können wir ja zwei Hebel haben wir schon. Das heißt, wir haben eine 50-50 Chance jetzt. Also, ähm. Theoretisch können wir ja ein Ausschlussverfahren machen, oder? Oder haben wir hier ein Zeichen übersehen irgendwo vielleicht? Damit wir es regulär lösen. Aber wahrscheinlich wird die kein Zeitscheiß drauf. Komm, wir machen uns im Ausschlussverfahren. Die zwei sind richtig. Also, den würde der hoch. Okay. So, so geht's. Püppi? Zoomen geht nicht. Okay. Auch nichts. Geht nichts. Was haben wir da? Ich habe nichts zu tragen. Oh, Bruder, da hast du nichts zum Tragen. Charlies. Lauter Charlies. So, was haben wir denn hier? Auch nichts. Ähm, ich glaube, wir dürfen hier scheinbar noch nicht rein, weil irgendwie können wir noch gar nichts machen. Ich kann wieder die Kassette nehmen. Hier ist ein Handabdruck, da kann ich auch nichts machen. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich da hoch. Sieht aus, dass wir da hoch müssen. Kann ich aber nichts machen. Ich vermute mal, wahrscheinlich dürfen wir nicht hin, weil wir diese Tür im Ausschlussverfahren geöffnet haben und es nicht offiziell zum Spielweg gehört. Okay. Ah, guck, da ist ein Zettel, habe ich gleich gesehen. Nach einer erfolgreichen Öffnung der Mundhöhle und dem Annähen der Zunge, der neuen Zähne begann der Patient zu ersticken. Seine Stimmbänder haben weiterhin funktioniert. Ich höre bei der Arbeit oftmals seine Schreie. Das sind keine Geräusche, die ein Mensch von sich geben sollte. Okay. Scheint wahrscheinlich weh zu tun. Haben wir hier noch irgendwas? Nichts. Ist hier irgendwas versteckt oder so? Auch nichts. Auch nichts. Habt ihr was für mich? Auch nichts. Auch nichts. So, irgendjemand muss doch hier irgendetwas haben. Kann ich den Fisch haben? Nein, kann ich nicht. Das Zap-Gift. Habt ihr was in der Hände? Auch nichts. Hast du was? Du hast den Ball? Auch nichts. So, Kollegen. Was müssen wir hier machen? Gucken wir mal. Köpfe sind startklar. Die geht aber nicht hoch. Der kann hoch. Der kann nicht hoch. Kannst du hoch? Die kann hoch. Der kann hoch. Oh, 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 oh. Immer noch abgesperrt. Oh, jetzt ist offen da hinten. Oh, da hinten ist offen. Ja, okay, danke dir. Der Bläser. Der Bläser macht die Kerzen aus. Diese kleine, dreckige Maus. Hallo, Melee. So, nicht nochmal, Freundchen. Nicht mit mir. Zwei steht da irgendwie. Okay. Ah, was haben wir denn da oben? Ah, das muss runter. Okay. Schönes Gemälde. Ein roter Schlüssel. Du lässt wahrscheinlich nicht. Und du lässt mich wahrscheinlich auch nicht. Das war mir klar. Rote Schlüssel. Ich denke mal, das wird die riesen, riesen, riesen Puppe sein. Mit diesem Schloss um den Hals. Weil das sind alles die Griffe, die ich runterdrücken muss. Oder hier. Nee, da muss der Begriff runter, gell? Ja. Das wird die große Puppe sein. Rennen wir mal zu dieser Puppe. Die da hinten. Diese riesen. Puppe. Hi, Debbie. So, ich glaube, wir müssen sie befreien. Ja. Jetzt kommt die bestimmt vorne hinten und die jallert mich weg, oder? Nee. Nee. Doch nicht. Ja. Sie haben Schmerzen, habe ich gehört. Gibt's... Kann ich jetzt hier was machen? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann gehen wir mal nochmal zurück. Vielleicht können wir jetzt die Griffe nehmen, weil jetzt haben wir es ja getriggert. Hört's ja wie mein Alert auf Twitch. Nee, hier müssen wir ja rein, gell. Oh, jetzt guckt ihr in die andere Richtung, der Bläser. Jetzt ist es offen. Jetzt ist es offen. Ah, da ist so ein bisschen, habe ich gleich gesehen. Okay. Jetzt haben wir einen Rucksack. Ah, guckt mal. Hier wäre das Offizielle. Grün wäre auf vier. Ah, und eins muss runter. Dann ist das eine Gitter offen, aber wahrscheinlich die eine Tür auch, weil da war auch das Zeichen drauf. Das ist Gitter zwei. Und zwar hier. Ja, da ist er auch auf jetzt. Da hängt jemand. Hängst du gut? Ich glaube ja, du hast was im Bein stecken. Warum hat der was im Bein stecken und das Blut fließt hochwärts? Warum fließt das Blut aus seinem Bein hoch? Physikalisch bist du nicht ganz korrekt hier, Kollege. Für das Seil. Ah, und hier ist das dritte Zeichen. Jetzt können wir es offiziell öffnen. Aber jetzt schneiden wir das hier durch. Ich schneide mich. Ah, jetzt ist das aufgegangen. Ja, das stimmt, Rocky. Das stimmt. Der Fisch muss zur Puppe. Okay, dieser Fisch muss zur Puppe. Huch. Franklin, wir warten weiterhin auf deine Antwort. Mutter ist krank geworden. Ihr Zustand hat sich verschlechtert. Wenn du willst, kannst du auch anrufen. Ich habe dir mal meine Nummer gegeben. Wenn wir dir noch etwas bedeuten, dann melde dich. Mutter und ich lieben dich. Deine Ella. Wer ist Ella? Hallo Schlachti, Jami. Wir haben jetzt einen Fisch, die da hinten hat doch einen Fisch gehoben. Hier, willst du einen Fisch? Bist du nochmal einen Fisch? Was haben wir hier? Eine Kassette zum Typen Space Überspringen und es ist ein Kassettentagebuch. David, lasst uns ein bisschen dringend, schau wir? Ich muss etwas sagen, dass du nicht der erste Kind spielt, in meinem Spielplatz. Das ist das, warum ich Sie wissen, wie viel Spaß ich mit den anderen Kindern hatte. Okay, hier, dann hörst du sie an. Achso, wir müssen jetzt das Band suchen. Wo war denn das jetzt nochmal? Wo war? Da ist doch. So, Band von Franklin. Ich habe es aus der Hand der Marionette genommen. Was haben wir hier? Bist du ein bisschen zu alt für mich? Bist du! I wonder if you'd be so lippy when I remove your tongue. Theodore, just take him. I don't have the strength to destroy such a beautiful face. Just kidding. You're in a line just behind Jamie. Was, ey, Psycho! Ach, jetzt löscht ich mich durch. Die hat eine Maske auf. Haben die alle eine Maske auf? Nee, aber die hat eine Maske auf. Die kann man noch nicht nehmen. Aber irgendwann haben wir nochmal eine Kassette gehabt. Und wir haben noch einen Fisch dabei. Alter, stell dir mal vor, ihr habt so eine Puppe daheim. So schön ausgestellt. Weil sie halt einfach schön horrormäßig aussieht. Und dann wacht die eines Tages auf und die steht irgendwo, so random, irgendwo, nicht auf ihrem Platz, sondern irgendwo anders in dem Haus oder so. Und steht einfach so da. Boah, Junge. Junge, nein, Alter. Da gehört der hin. Ah, jetzt haben wir einen Rucksack. Kann man jetzt was machen? Ja. Kindliche Zeichnung. Wo haben wir das? Anmerkung? Nee, Schlüssel. Auch nichts. Ausweg hoch. Wo haben wir das jetzt? Nirgends. Okay. Ich habe jetzt gedacht, hier können wir da was sehen. Leider nicht. Oder? Wo haben wir ein Inventar? Zial. Ah, Kinderzeichnung. Die Zeichnung stellt einen Monster mit einer Messe in der Hand und einem Mann dar. Okay. Ich kann damit meine Sachen transportieren. Okay. Wir haben die Zeichnung gelesen. Aber du, äh, knackig. Knackig, definitiv. Kann man nicht sagen. Jetzt können wir auch wahrscheinlich hier rein, weil jetzt haben wir ja die Dinger gesehen, die Kreise, wie sie angeordnet gehören. Jetzt können wir auch, weil wir den Rekorder haben, das aufheben. So, okay. Ähm, dann ziehen wir uns doch gleich rein, das zweite Band. Shit. Ich hoffe, das piece of junk works. Es ist Andy. Das Psycho-Guy. Franklin trapped mir hier. Er gibt mir food und macht mir einen Platz zu sleep, aber es ist pure madness. Recently, I heard crime. Es ist wahrscheinlich noch ein Kind. You, if you listen to this, great job. You found the clues I left for you. From now on, I'll guide you. Franklin's watching every move we make. That's why I've hidden the tapes in places that the cameras don't reach. Every night, I wait till the steps get silent and then sneak out through the vents. I have to find a way out, but this house is a freaking maze. It's so fucked up. Wish me luck. Okay. Kriegen wir hin? Kann ich jetzt hoch? Nein. Aber wir müssen bestimmt hier hoch nachher. Weil das sind so typische Anzeichen von, du musst da hoch. Was haben wir denn jetzt? Wir haben ein Band. Wir haben eine Schere. Hier ist nichts mehr. Warte mal, hier war doch Wasser. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt läuft hier kein Wasser mehr. Ah. Jetzt haben wir. Ah, Auge. Psychomaske, Gegenstand.